Ich möchte heute zu drei Punkten sprechen. Zum einen berichten Auswertung der Parteivorstandssitzung, die am Wochenende stattgefunden hat, sich unter anderem mit der neu entdeckten Bankenkritik von Gabriel beschäftigt hat, zum zweiten zum Thema Reichensteuer und zum dritten zum traurigen Jahrestag Hiroshima. Am Wochenende hat der Parteivorstand getagt und unsere Schwerpunktsetzung war jetzt wenig überraschend. Natürlich die Auseinandersetzung mit der Euro-Krise und das Ringen um Lösungsstrategien darum. Die Linke hat dazu ein Positionspapier verabschiedet, Demokratie statt diktierte Bankenrettung. Und wir haben ja schon immer die jetzige Krise als eine Krise der entfesselten Finanzmärkte beschrieben und eine Zähmung der Banken gefordert. Deshalb war für uns die neu entdeckte Bankenkritik von Sigmar Gabriel eine angenehme Überraschung. Eine Überraschung deswegen, weil bis 2009 noch die SPD ja hier zur Öffnung und zur Deregulierung der Finanzmärkte beigetragen hat, weil es Rot-Grün war, die bisher die Steuern für Reichen deutlich gesenkt haben. Und es war für uns eine angenehme Überraschung, weil es natürlich eine Bestätigung der Strategien ist, die wir bisher eingeschlagen haben. Für uns gibt es eine Faustfummel und die heißt ganz klar, ohne Bankenregulierung wird es keine Lösung der Krise geben. Und wir sind sehr gespannt, ob aus dem Linksblinker Gabriel auch wirklich ein Linksabbieger wird. Die Erfahrungen der Vergangenheit könnten einen da skeptisch stimmen, aber wir lassen uns gerne positiv überraschen. Wir freuen uns, dass wir, wenn man das ernst nehmen kann, das Papier, jetzt auch offensichtlich Unterstützung im Bundestag haben für Maßnahmen, die wir schon wiederholt zur Abstimmung gestellt haben. Und wir werden konkrete Punkte, die in dem Papier angesprochen werden, auch in nächster Zeit im Bundestag zur Abstimmung stellen, um nur einige zu nennen. Zum einen wollen wir eine Begrenzung der Dispo-Zinsen. Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass einerseits Banken sich Geld leihen können zu Zinsen unter einem Prozent, währenddessen kleine Anleger und Inhaberinnen von Konten extremst hohe Fantasie-Dispo-Zinsen zahlen müssen. Zum Zweiten wollen wir, dass endlich ernst gemacht wird mit einem Trennbankensystem. Was meint Trennbankensystem? Das meint, dass die Einlagen der Sparer getrennt werden von dem hochriskanten Spekulationsgeschäft. Und zum Dritten wollen wir eine Begrenzung der Bankenmanager-Gehälte. Wir orientieren da auf das Zwanzigfache eines Einkommens eines normalen Arbeiters in einer Bank. Aus diesem Anlass möchte ich auch einige Worte generell zur Debatte um die Zukunft des Euros sagen. Markus Söder hat sich da ja in unglaublich unangenehmer Art und Weise hervorgetan. Seine Forderung nach einem Austritt von Griechenland aus der Eurozone, die halten wir für in der Sache Abenteuerliche und im Ton extremst gefährlich. Also man kann ganz klar sagen, dass Markus Söder hier Hand am legt an dem europapolitischen Konsens aller demokratischen Parteien. Und wir erwarten, ehrlich gesagt, dass die Bundeskanzlerin, den wild gewordenen Markus Söder, auch zurückruft. Die Debatte um eine aktivere Rolle der Europäischen Zentralbank ist richtig und wichtig. Wir als Linke sind ganz klar dafür, dass die Staaten sich zu einem direkt, direkt im Anleihen nehmen können bei der EZB. Es liegt ja auch auf der Hand, es ist ja nicht hinnehmbar, dass sich die Banken bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen können zu einem Zinssatz, der unter einem Prozent liegt, um es dann zu einem Zinssatz im zweistelligen Bereich von über zehn Prozent weiterzuleiten. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Parteivorstandssitzung war die Vorbereitung des Wahlkampfes und Vorbereitung einiger Aktionen. Eine der Maßnahmen, die ich hier erwähnen möchte, war zum Beispiel, wir haben beschlossen, dass wir eine Aktionswoche für militärfreie Bildung beschließen. Es ist eine Aktionswoche, die sich gegen Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr in den Schulen und Hochschulen ausspricht. Die findet Ende September statt. Wir haben auf der Parteivorstandssitzung auch die bisherige Sommertor des Vorsitzenden ausgewertet. Die Staffelstabübergabe zwischen Bernd Rixinger und mir findet ja am Freitag in Hannover statt. Bis dahin war er auf Tor, danach beginnt mein Sommertor. Und dieses Sommertor steht für uns ja auch im Rahmen einer Zuhöroffensive. Also wir haben bewusst gesagt, nach dem Parteitag wollen wir vor allen Dingen die Kunst des Zuhörens praktizieren als Parteivorsitzende. Und wir werden die Ergebnisse dieser Zuhöroffensive auch zusammentragen. Und die wird natürlich einfließen in strategische Überlegungen für den Wahlkampf. Zur Debatte um die Reichensteuer. Die Linke begrüßt die Debatte um die Reichensteuer ganz außerordentlich. Finden auch die Arbeit des Bündnisses umverteilen. Dem kommt dann großen Verdienst zu. Man muss sagen, bei der SPD ist es der Vorsitzende, der laut tönt. Aber bisher hat die SPD dieses Bündnis noch nicht besonders unterstützt. Währenddessen für die Linke von Anfang an klar war, wir unterstützen dieses Bündnis und wir mobilisieren auch für den Aktionstag am 29. September. Ich habe ja persönlich auch im Rahmen dieser Debatte bewusst mit einem provokanten Vorschlag das Thema couragierte Besteuerung von Reichen auf die Tagesordnung gesetzt. Und wir haben an den Reaktionen gemerkt, das ist ein Thema, was viele Menschen umtreibt. Und deswegen ist für uns klar, die couragierte Besteuerung von Millionären, das wird für uns ein Knackpunkt des Wahlkampfes werden. Und wir meinen, es ist auch deswegen notwendig, die Millionäre, die Superreichen zu besteuern. Zum einen, damit die Profiteure der Krise auch die Lasten der Krise tragen. Aber auch zum zweiten tut es notüberschüssigen Reichtum abzupumpen, damit der fließen kann in den sozial-ökologischen Umbau. Wir hatten im Jahr 2009 das Thema Reichtum besteuern auf unseren Wahlplakaten. Und wie gesagt, das Thema die Besteuerung von Reichen wird auch ein Schwerpunkt im Wahlkampf, im kommenden Wahlkampf sein. Um es klar auf den Punkt zu bringen, die Besteuerung von extremen Reichtum ist einer der Schlüssel zur Bewältigung der Krise. Zum dritten Punkt der heutigen Pressekonferenz. Wir haben heute einen traurigen Jahrestag, den 67. Jahrestag von Hiroshima. Das ist ein Jubiläum, was bisher wenig Beachtung gefunden hat. Für uns ist das Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern auch nach vorn zu schauen, wie ist es bestellt, um das Versprechen einer atomwaffenfreien Welt. Und für uns das auch Anlass zurückzudenken in ein früheres Primat der deutschen Außenpolitik, der Gewaltverzicht. Und wenn wir heute festhalten müssen, dass jede zehnte Waffe in der Welt aus Deutschland kommt, dass die Bundesrepublik der drittgrößte Waffenexporteur ist, ist das für uns ein nicht hinnehmbarer Zustand. Die Linke sagt ganz klar, nicht nur, aber auch anlässlich des 67. Jahrestages von Hiroshima sagen wir ganz klar, es muss sofort Schluss sein mit dem Export von Waffen aus Deutschland. Man macht einfach keine Geschäfte mit dem Tod. Vielen Dank.